Krossmediale Farbkommunikation Reine Glückssache und Wunschdenken? Wir von Freie Farbe sagen Nein, man kann heute Dokumente aufbereiten für unterschiedliche Ausgaben. Was bedeutet denn medienneutrales Publizieren? Wir haben zum Beispiel Daten, die wir an Druckereien senden möchten. Wir haben Werbetechnik, Autobeschriftung und so weiter. Dann haben wir Präsentation und Internetauftritt und wir haben den Digitaldruck. Für all diese Ausgaben braucht es da wirklich unterschiedliche Dokumente. Wir sagen Nein. Datenaufbereitung bei Grafiken. Da gilt es einfach darauf zu achten, dass wir Farben bestimmen, welche auch wirklich in sämtlichen Ausgaben erreicht werden können. Wir reduzieren das Ganze und sagen, wir nehmen Computerfarbwerte, welche in all diesen Ausgaben erreichbar sind. Und dazu haben wir Hilfsmittel wie zum Beispiel die Open Color System Collection, die OCSC, welche in Programmen und auf RIPS installiert werden kann. Datenaufbereitung im Bildbereich. Da haben wir unterschiedliche RGB und CMYK Arbeitsfarbräume. Das ist immer so Spekulation, was nehme ich jetzt? Wir sagen auch hier Reduktion auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, welcher in sämtlichen Ausgaben gut erreicht werden kann. Hat man diese einzelnen Daten, macht man ein Layout und schreibt ein PDF heraus. Hier gibt es auch verschiedene PDF-X-Dateien. Ganz klar, PDF-X1A ist immer verfahrensangepasst. Ich brauche gezielt das richtige CMYK-Profil. Ansonsten mache ich Fehler. Wenn ich ein PDF-X4 einsetze und mein Inhalt in den Dokumenten ist noch für eine Ausgabe neutral gehalten, dann kann ich sämtliche dieser Ausgaben mit einem PDF bedienen. In einer Druckerei sollte ein zentraler Farbserver stehen, der meine medienneutralen Daten dann auf die jeweiligen Ausgabeziele hin sauber umrechnen kann, ohne Glücksspiel und ohne falsche Device-Link-Umrechnungen und so weiter. Mit diesen Hilfsmitteln lassen sich medienneutrale Daten erzeugen. Wir haben den Farbfächer, der uns hilft, in verschiedenen Farbsystemen eine Farbe zu definieren, welche ich dann in meinen Programmen auch eingeben kann. Mit dem digitalen Farbatlast lassen sich zwischen 400 verschiedenen Farbsystemen Farben vergleichen. Wir können Zwischentöne, Helligkeitsvariationen und Farbharmonien so anschauen. Fazit für mich. Die Datenerstellung beim Kunden ist einheitlicher, einfacher und viel, viel sicherer. Es braucht Kommunikation mit meinem Dienstleister. Mein Dienstleister jedoch bekommt dann immer die gleichen Daten angeliefert. Er hat ein zentrales Farbmanagement und übernimmt für mich als Kunden die Verantwortung für die Umrechnung auf CMYK. Er ist der Fachmann. Und auch da für ihn viel mehr Sicherheit, dass der Kunde einheitlich mir Daten anliefert. Crossmedia bedeutet die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Die Technologie ist vorhanden. Es braucht einfach wirklich geschultes Verkaufspersonal, das dem Kunden hilft. Bei der Entscheidung soll ich medienneutral oder verfahrensangepasst meine Daten aufbereiten. Eine medienneutrale Datenaufbereitung ist ganz klar kostensenkend. Es braucht auch keine teuren Workflows oder neue Geräte-Parks. Und der grosse Vorteil dabei ist, eine Umstellung auf neue Normen ist viel einfacher zu bewältigen. Wie man Logos, Bilder und PDFs medienneutral aufbereitet, das können Sie in Workshops unter www.com2publish.ch jederzeit anschauen. Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der crossmedialen Farbkommunikation und Datenaufbereitung. Ihr Peter Jäger